Statt Kilos verschwinden Zentimeter. Bodyforming heißt das Zauberwort für den Sommer. Das Gerät arbeitet mit Ultraschall- und körpereigenen Schwingungen. Es soll Reiterhosen verschwinden lassen, den Bauch straffen und den Po festigen. Bei gleichbleibendem Gewicht nimmt man bei zwölf Behandlungen eine Kleidergröße an diesen Stellen ab. Kilo können absolut überhaupt nicht runtergehen. Ich gehe ja wirklich nur aufs Gewebe. Wir haben uns halt wirklich da spezialisiert auf Körperformen. Die Körpersilhouette wird geformt und bei der ersten Behandlung sollen bereits zwei bis fünf Zentimeter weg sein. Bevor es losgeht, wird gewickelt. Gewickelt, dass das richtig auf der Haut anliegt. Bei der ersten und letzten Anwendung wird einmal vor dem Gerät ein Wickel gemacht, dass der Stoffwechsel richtig angeregt wird. 30 Minuten Einwirkzeit. Dann kommt die Ampulle auf die Problemzone. Da sind Alkenextrakte drinnen und die werden wir jetzt noch in den Bauch einmassieren. Das Gerät kommt aus der Schweiz. Über 200 Kunden haben Brigitte Meixner und ihre Tochter Sabine damit betreut. Eine Stunde dauert die Behandlung und rund 18 Monate ist das Ergebnis sichtbar. Bei der ersten Behandlung wird immer zusätzlich noch einmal der Körper entgiftet und entschlackt. Das heißt, dass er dann auch wirklich später was tun kann. Bei der zweiten Behandlung gehen wir dann bereits schon in Muskel hinein und ins Fettgewebe, das heißt in die Fettzelle. Die Fettzelle darf man entleeren. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn man eine Weintraube hat und die entleert man, bleibt ein Rosinchen über. Und genauso ist das bei der Fettzelle genauso. Wenn ich heute einen schlafen Bauch habe, muss ich den Muskel anregen. Der Muskel wird gefestigt und ich kann auch gegen die Zellulite was machen. Ein knackiger Po, definierte Schenkel und ein Sixpack. Dafür sind Muskeln verantwortlich. Der menschliche Körper hat etwa 650 davon und die sollen mit Ultraschall gestärkt werden. Viele Geräte versprechen Wunder und halten es dann nicht. Die Beauty-Expertinnen machen die Erstbehandlung und Beratung kostenlos, damit sich Kunden selber überzeugen können. Und auch Männer gehen bei den Meixners in Leonding ein und aus, um sich mit Ultraschall behandeln zu lassen. Bodyforming ohne Spritzen und Skalpell. Bodyform Zitzen und Geméquimi wie ihr Blrecht,